Weil das Varo Video so verbracht war, gibt es jetzt einfach ein zweites Video. und damit herzlich willkommen zu einer neuen runde minecraft fix covers eigentlich sollte er heute fiefer kommen so als zweites video das problem ist einfach ich habe die aufnahme aufgenommen und sie hat dann herumgelegt und das wollte ich euch nicht zumuten keine ahnung wieso das dann der fall war ich kann nichts dafür oder vielleicht doch ich habe ein bisschen an den einstellungen herumgeschraubt ich wollte es ja eigentlich verbessern nur habe ich sie dann verschlechtert ist dumm gelaufen richtig dumm jetzt gibt es einfach eine runde quicks covers ich hoffe ihr seid trotzdem zufrieden und wollt mich jetzt nicht alle umbringen es war keine absicht ist einfach etwas dumm gelaufen und ich habe jetzt auch keine weitere zeit weil ich muss jetzt danach noch für einen test machen lernen und das sollte ich vielleicht jetzt nicht unbedingt die ganze zeit versuchen aufzunehmen aber ich kann mal so sagen in der nächsten woche mittwoch wird dann schon wieder viel verfolgen nur heute ist deshalb leider nicht am start so ich werde mich jetzt einfach mal konzentrieren und der ist nicht unten schade das habe ich etwas anders geplant ich hoffe einfach ihr seid zufrieden damit wenn ihr das heißt dann gibt es der folge einfach mal einen daumen hoch wobei dann habe ich eigentlich gar nicht verdient dafür dass ich was anders machen wollte er ist auf jeden fall unten das ist sehr schön und jetzt gibt es nur noch zwei spieler und der ist deutlich besser gekübt als wir vielleicht können wir in die den runterschlag und er fliegt auch hinunter wir fliegen auch hinunter jetzt stimmen wir beide das ist traurig aber ich will jetzt nicht noch weiter aufnehmen ich nehme heute eh schon so lange auf es ist heute einfach dumm gelaufen ich kann nichts dafür ich will mich jetzt einfach noch mal entschuldigen fifa kommt mal wieder aber heute einfach nicht und jetzt verabschiede ich mich einfach mit einem kräftigen turui einfach mit einem kräftigen turi